Guten Morgen. Heute machen wir mal Cardio. Klärt das mit euren Nachbarn ab oder geht raus zu der ganzen Geschichte. Eine ganz simple Nummer, kennt ihr alle. Ihr macht einen Hampelmer. Machen wir hier zusammen. Immer, dass ihr von hier unten kommt, nach oben. Ich sag mal so, probiert einfach mal eine maximale Anzahl mit Nasenatmung. Wenn ihr durch den Mund atmen müsst, seid ihr zu kaputt oder zu schnell. Und dann macht ihr halt irgendwann eine Pause, wenn ihr nicht mehr könnt, durch den Naderaden bzw. wenn ihr euer Nachbar klopft. Und das ganze Ding, ich sag mal, wie beim Hintervall laufen, zieht ihr so fünf bis zehn Stunden durch. Sportfrei bis gleich.